Drücken Sie Joe Biden die Daumen, dass er gewinnt? Ja, das tue ich als Bürger dieser Welt und als jemand, der natürlich auch politisch für ein Programm steht, das darauf gerichtet ist, dass wir vernünftig miteinander in der Welt umgehen und dass wir gleichzeitig in unsere Länder versöhnen und nicht spalten. Und beides ist ja in der letzten Zeit nicht das, was wir so alles gesehen haben. Vielen Dank.